hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge microsoft zugsimulator mit pilots live v2 ja in der heutigen folge ist immer wieder soweit ich probiere mal wieder watsim aus ich habe hier einen sehr schönen kurzen flug von hannover nach frankfurt und aktuell befinden sich tatsächlich alle firs mit entsprechender controller besetzung also dürfte das ein ganz spannender und interessanter flug werden insbesondere auf frankfurt ich bin wirklich gespannt wir gehen mal rüber in dem flugsimulator und ich habe den flyer war ja schon ausgewählt erst mal flugzeuge benutzen die man auch gut kann geld vier mal gucken ob da einer steht hoffentlich nicht und ja dann starte ich mal rein startet ihn wie plan wie client oder wie pilot client so heißt er glaube ich und dann sehen wir uns gleich wieder ist gleich ok und da sind wir drin im spiel ich bin connected einen weiteren flieger sehe ich hier ansonsten ist das im moment noch sehr sehr überschaubar das ist auch ganz gut so weil leicht ist dann einfach ein bisschen mehr zeit und wir kriegen das einfach ein bisschen entspannter hin also erst mal ein bisschen strom auf flieger ganz normaler flow einmal die wichtigsten sachen an dann tut mir leid irgendwie ist das fb hier da fehlt dieses lufthansa dings da muss ich noch mal eine neue laden outdated aircraft version ich bin spitzenmäßig vorbereitet aber ich habe mich so gefreut dass alle stationen besetzt sind dass ich gedacht habe wir starten wir direkt rein okay jet bridge und ich würde sagen das allererste was wir machen sollten ist uns die clearance holen weil ich erwarte zwar die warburg 3 sierra departure aber ja man kann nie sicher sein und bevor ich dann hier anfangen groß was einzuprogrammieren mache ich das lieber so ok wir laden mal das preset dann können wir die lampe vom kippen aus machen gut dann gucke ich noch einmal ganz kurz auf dem anderen monitor wir haben die information november so so dass ich hier auch gucken und schreiben kann ok unser kurs sein ist 5 romeo juliet und online ist auch nur der tower und wenn ich die frequenz auch ein dreh man mich auch nicht lächerlich hat 20 1 8 0 gut handover tower guten abend this is lufthansa 5 romeo juliet with information november on stand gate for request ifr to frankfurt lufthansa 5 romeo juliet hannover tower hello information november is correct start approved cleared frankfurt warburg 3 sierra departure runway 27 right climb via sit to flight to 4000 feet squawk 1000 luft hanser 5 romeo juliet luft hanser 5 romeo juliet redlich korrekt yay ok der klang auf jeden fall super nett und freundlich das ist schon mal super klasse das nimmt einen dann direkt so ein bisschen auch ja den respekt nicht das wäre falsch aber angst jetzt auch nicht aber ihr wisst was ich meine die aufregung so ist es glaube ich ganz gut also in it in it request dann holen wir uns mal ein paar sachen uplink insert in progress out c active flight plan uplink effect flight plan go delta parcher auf der 26 ähm da ist er die 278 warburg 3 sierra departure on insert ja bis warburg die discontinuity raus frankfurt brauchen wir noch nichts eingeben da wissen wir ja auch noch nichts dann gehen wir auf zack fuel ich habe jetzt hier mal auf instant wir holen uns das fuel das sind nicht viel 4,9 fast payload 141 paxe und 3,2 tonnen passt auch zack dann kann die bridge weg und wir machen mal apu bleed an sehr schön so was müssen wir noch einstellen wir gucken uns erstmal den flugplan an przedeGM zack 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 ok das passt auch wir können es aus machen extrains schonmal an 4000 war unser initial climb den dreh ich mir ganz hier rüber block 4,9 super performance sind ja relativ leicht die bahn ist relativ lang ich traue mir zu 65 flex to temp ok ok alles dashed alles dashed wir brauchen noch ein aktuelles Q&A das aktuelle Q&A hole ich mir ja am allerliebsten aus Volanta und das ist den 27 ist hier drüben auch drin wunderbar Altbaugesetz Flight Director Button ist gepusht Constraints ist an Wetterradar das brauchen wir alles jetzt noch nicht passt wunderbar also B4 Engine Start Checklist Bridge Disconnect ist disconnected APU läuft, APU Bleed läuft, External Power geht aus Pumps gehen an links und rechts Seatbelt Signed geht an So jetzt wartet mal kann ich das nochmal triggern Wunderbar Beacon geht an gut das ist alles in Ordnung Beacon ist an also Startup approved hat er uns schon gegeben das bedeutet wir machen jetzt folgendes wir holen schon mal den Pushback und ich starte tatsächlich schon mal Engine Number 2 und dann holen wir uns mal eine Pushback Clearance nachdem ich mir mal die aktuelle Karte geladen habe jetzt sind wir und dann brauchen wir die Airport Map am besten mit dem Overlay wir werden ja irgendwo hier raus Lima, Lima Juliet irgendwie Klipper 780, Hannover Tower Hello Information November ist korrekt Startup approved, Cleared Hamburg Zelle 6 Sierra Departure, runway 27R, flightman route, climb 4000 feet, squawk 2421 Collaboration Clipper 780, CVR sadly sind korrekt Lufthansa V Romeo and Juliet request Pushback Lufthansa 5 Romeo Juliet, Pushback Approved, Facing North, Lima 1 Pushback Approved, Facing North, Lima 1, Lufthansa 5 Romeo Juliet And Lufthansa 5 Romeo Juliet, Set Squawk 1000, please Sorry, affirm Kein Thema Ja, okay Was hat er uns jetzt gesagt? Jetzt hat er mich durcheinander gemacht, Lima 1, ne? Genau Facing North, Lima 1 Okay, also Das erste Triebwerk ist schon hochgefahren, dann machen wir das zweite an Und wir drücken uns raus Parkmose geht raus Lima 1, Lima 1 Das ist ja dann gleich der erste hier, der hier Pushback Approved, Line Behind, Facing South Pushback Approved, Line Behind, Facing South So, Triebwerk 2 fährt hoch Sehr, sehr schön Das hier ist Lima 1 Das ist Alpha 1, dann wird das hier zu Lima 1 Hier ist einer ohne Livery Also ich muss sagen, das bleibt bei mir auch im Moment noch so Es ist einfach was anderes mit Es stimmt doch aber auch wieder schon wieder mit meiner Grafik nicht Es ist einfach was anderes mit Watzin Aber ich danke dem Tower-Lotsen schon jetzt Solltest du mein Video schauen, vielen lieben Dank Machst einen sehr freundlichen Eindruck Super Gut, ist hier alles soweit Das sieht gut aus, die Triebwerke sind hochgefahren Happy, happy So, da ist unsere Linie Und Pause Parkbremse geht rein Tuckern weg Und wir lesen die Afterstart Checkup List Engine Mode Selector Norm APU Bleed Off APU Off Stropes Off Auto Taxi Lates On No Slides Runway Turn Off Light machen wir an Engine Anti-Ice erstmal nicht Auto Brake Max Flaps One Speed Brakes Armed Pitch Trim Ungefähr auf 1,5 Cabin Lock Time Protokoll Und Perfekt Taxi Clearance Lufthansa 5 Romeo and Juliet Request Taxi Lufthansa 5 Romeo and Juliet Taxi to Holy Point Runway 27R Via Lima 1, Lima, Maik and November Cross Runway 27C Lufthansa 5 Romeo and Juliet Taxi to Runway 27R via Lima 1, Lima, Maik and November Cross 27C Lufthansa 5 Romeo and Juliet Clipper 780 Stay Clear of Lima 1, please Clear of Lima 1, Clipper 780 Okay, los geht's Okay, also Das ist, glaube ich, eine ziemliche Standardroute, die wir jetzt hier fahren Wir fahren jetzt hier hoch Lima, Lima 1, Maik Das ist erstmal so weit Easy Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht über die Two's Seven Center Da frage ich aber nochmal nach Weil ich nicht genau weiß, ob das in Ordnung ist, dass wir da einfach drüber wollen Aber er ist ja der Tower Normal muss man sich dann an den Tower wenden Hat er uns ja eigentlich gesagt So, auf der Linie war auch schön Irgendwas stimmt doch hier nicht Also ich bitte diese Grafikfehler zu entschuldigen Ich werde mal rausfinden, woran das liegt Aber für den Moment müssen wir jetzt damit leben Ich glaube, wenn die Runways nicht in Use sind Dann werden die ja auch tatsächlich als Taxiways manchmal benutzt Und dann ist das okay, dass man da einfach drüber rollt Ich würde es jetzt einfach mal machen Okay, das ist Mike Und dann November ist dann der erste hier Okay, dann brauchen wir das nicht mehr Runway ahead Ja, ich baller jetzt drüber Mal sehen, ob das Ärger gibt Wingers crossed Lufthansa 5 Romeo Juliet Wind 260 degrees 8 knots Runway 27 right Cleared for take off Tschüss Cleared for take off 27 right Lufthansa 5 Romeo Juliet Vielen Dank Ciao Was zu schnell getaxied So, wir müssen trotzdem hier ganz kurz anhalten Backbremse geht rein Before take off checklist Also das ist alles in Ordnung Terrain und ND geht an Wetterradar geht an Predicted Windshear geht an TCAS geht auf Ich habe jetzt gelernt Tatsächlich direkt TARA Da muss ich meine Checkliste mal ändern Unway lights gehen aus Stropes Dadaada So Dann sagen wir der Kabine Bescheid Sicht Reset Parkbremse geht raus Ja, das mit diesen Grafikfehlen tut mir furchtbar leid Wir gucken mal So, jetzt müssen wir mal Und los geht's Irgendwas stimmt mit der Grafik überhaupt nicht 80 knots V1 Rotate Positive Climb gear Autopilot engaged Spoilers the same So ich schätze mehr schickt auf uns auf 119 490 Clever auf Climb Auf der Take-Up Checklist Autopilot check landing gear ab Claps machen wir noch nicht ab Engine Anti-Eis brauchen wir nicht Engine Mode Selector Tickers Spoiler Perfekt So wir Climb 4000 Hallo Was war das? Please contact me on 119 490 Okay, alles klar Hat mich jetzt angeschrieben 119 490 Ah, da hätte ich dann selber wechseln müssen Ob das wusste ich nicht Hanover Approach Hello Lufthansa 5 Romeo Juliet Flying 4000 feet Inbound DV257 Lufthansa 5 Romeo Juliet Bremen Moin Identified Climb Flight Level 170 Passing 5000 feet Direkt Climbing to Flight Level 170 Passing 5000 feet Direkt Rope A Lufthansa 5 Romeo Juliet So 10.000 Machen wir erstmal Flight Plan Flight Plan brem radar moin identified descent flight level two five zero direct saarstedt vua sierra alpha sierra check in for oscar oba hat er gesagt ja klappen gehen rein der station sannover spec in one minute dir direct oba temporary direct sehr gut your age standard attitude so after take a check let's complete flaps and up fast set animators standard und wir sind unterwegs direct rober auf flight level 170 dann mache ich hier schon mal sehe überhaupt nichts müssen ein licht an machen so pitch ist noch zu hoch sieht bei uns bleiben an aber und der 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 12 von November. Präne-Räder-Morning-Clipper 7-Mate 0-500-CM-1000. Ja, Bremen Radar hat sich ja gerade kurz abgemeldet. Ich weiß nicht, ob man ihm das jetzt sagen würde. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich will mich nicht einmischen. Also nicht einmischen ist immer gut. Wir würden die Frequenz für unsere Transporter-Mandatory-Zone-Procedure und kontaktieren Sie in etwa 10 Minuten. Delta Alpha November, Rot-Schar, Squawk 7743, die Q&H 1027. Confirmed, Squawk 7743, weil Squawk for unsere Transporter-Mandatory-Zone in Hannover wird 4676. All can I say on your Frequenz? Delta Alpha November, die TMZ West is not active due to 27 at Hannover. Jo, alles klar. Dann Spork 7743, Delta Delta Alpha November und Standard Q&H. Delta Alpha November identified nur 3G in der vicinity. Und als ich gesagt habe, TMZ West ist nicht active at the moment. Und dann kannst du mich zurückkommen. Danke. Also die haben es ein bisschen mehr drauf als ich. Ast rein. Sehr cool. Okay. Keine Ahnung. Der Flug geht ja nicht so dolle lang. Okay, jetzt habe ich das auch verstanden. Was hatte ich denn überhaupt? Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht. Ah, 17.000 ist tatsächlich unsere Light-Altitude. Rückt. So, wie geht es denn dann hier weiter? Da, so und dann, okay. Direkt drohbar. Dann kommen wir da an, rum. Dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir da... Ich erwarte... Was erwarte ich denn? Ich erwarte die Kerax-Star. Nur, dass ich damit schon mal rechne. Wer bis Kerax? Kerax ist der letzte Punkt. Ich muss mich noch mal nachgucken. Aha. Kehrer vor Alpha. Kehrer vor... Zack, zack, zack. Okay. Constraints können aus. Schauen wir uns die Airports an. Also, dann mache ich jetzt einen Cut und ich würde alle elementaren Funksprüche, die jetzt kommen, würde ich dann einfach einschneiden. Bis gleich. So, 5-4-Mü-Juliet, Kontakt-Langenradar, 124,730, tschüss. Kontakt-Langenradar, 124,730, vielen Dank, tschüss, tschüss. Tschüss, 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 was habe ich mir denn dabei gedacht? Oh, Mann. Warum drückst du die Funktaste? Geht gar nichts mehr. So, 730. Langenradar. Langenradar, hallo. Langenradar, hallo. Langenradar, hallo. Langenradar, hallo. Lufthansa 5, Romeo, Juliet, Flight Level 1, 7, 0, inbound, Roba. Langenradar, hallo. Langenradar, hallo. Langenradar, hallo. Tiptop. KM6, Mike, Delta, passing to 65, Claire, Mang 360. KM6, Mike, Delta, hallo. Langenradar, hallo. auf die 25 rechts wahrscheinlich wir machen erstmal rechts ok 10 31 30 minus 1 2 3 minimum machen wir einfach 500 wir fliegen jetzt direkt kerax dann kriegen wir auf jeden fall eine vectoreinweisung 3 als auf die 25 rechts ist 2 5 rechts ist 111.35 und auf die links 5 links 100 1.15 das müssen wir uns dann schon mal merken jeweils bei 4000 sind juli 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 2 langen Raider, identified, hallo, climb to flight, level 2, 8, 0 Flight level 2, 8, 0, with KDM, Charlie, 4, 8, 2, thank you Also, das macht wirklich Spaß Okay, I'll make 0, solo request descend, please Q1, 1, 1, 0, langen Raider, identified, hallo Lufthansa 2, Golf Yankee, contact langen Raider, 1, 2, 5, listen, correction, contact langen Raider, 1, 2, 5, listen, do 2 Langen 1, 2, 5, disma 2, Lufthansa, zugefängig, schon kommt Lufthansa 5, Romeo, Judith, wenn ready, descend to flight level 1, 1, 0, cross level at Kerax Descend flight level 1, 1, 0, cross level at Kerax Lufthansa 5, Romeo, Judith Langen, Lufthansa, 25, Lima, flight level, 17, 0, climb 1, 2, 0 Lufthansa 25, Lima, identified, hallo, proceed, direct Alexu, climb to flight, level 2, 9, 2, 0 Oh, dann wollen wir mal gucken Haben wir auf Kerax ein Constraint? Nein, aber wir sind bei, genau bei Kerax, bei 1, 1, 0, perfekt Perfekt, super Super Bisher bin ich zufrieden Ohne euch vergessen Oh, wenn es auch nicht mehr, kann man eh nicht erkennen Was ist denn mit dieser Grafik los? Und ich dachte mir noch, ob ich Vor dem Lusi starten nochmal das Windows Update mitnehme Aber damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet Ich hoffe, es ist trotzdem okay Geht ja eigentlich ums Funken So, bei Kerax sind wir genau bei 11, da müssen wir uns also keine Sorgen machen, das passt perfekt Langen, guten Abend, Beauty 768 at Bonn Sombra, flight number 130 Beauty 768, identified, hallo, clamped to flight, level 220 Clamped, flight number 220, Beauty 768 1250, speed by 890 Lufthansa 5 Romeo Juliet, contact Frankfurt Arrival 120.805 Contact Frankfurt Arrival at 127.875, Lufthansa 5 Romeo Juliet Lufthansa 5 Romeo Juliet, negative 120.805 120.805, sorry, Lufthansa 5 Romeo Juliet Lufthansa 5 Romeo Juliet, descending flight level 110, inbound Kerax 8905 Ach, 8905 Mh Witsch haben wir 255? Witsch haben wir hier gewandt? Lufthansa 5 Romeo Juliet, Frankfurt Arrival, hallo, flight level 110, at Korax Lufthansa 5 Romeo Juliet, lang in hallo, identified, Kerax heißt er, aber Lufthansa 771 Echo, expect LS Yankee, 255 Aspect LS Yankee, 255, Lufthansa 771, at Korax, thank you Lufthansa 5 Romeo Juliet, lang in hallo, identified, Info Papa, reduce speed 250 knots, descent level 100 250 knots, descent flight level 100, Lufthansa 5 Romeo Juliet Lufthansa 5 Romeo Juliet, turn right wing 270 Turn right, have been 270, Lufthansa 5 Romeo Juliet So, Lichter an? Seatbeltz an? Lufthansa 751, prepativen, Postman 13 Delta Langen Identified, Climb Flight Level 110 Postman 15 Charlie Identified, Verify Altitude Indicating 4900 Climbing, you were supposed to maintain 4000 initially, Climb now Flight Level 110 Climbing 110 and we're prepared to send the QNIH, sorry, Post Charlie Lufthansa 5 Romeo Juliet, Descend Level 70 Descending Level 70, Lufthansa 5 Romeo Juliet Lufthansa 5 Romeo Juliet, Reduce Speed 220 knots, Expedite, first Reduce Speed 220 knots, then start to descend, turn left heading 200 Lufthansa 5 Romeo Juliet Lufthansa 5 Romeo Juliet Lufthansa 5 Romeo Juliet Descend Level 70, you can expect runway 25 right Descend Flight Level 70, Expecting 25 right Postman 13 Delta, Connect Langen 125, Decimal 2, bye bye So, then we're gonna go down Was I said 2000, 200 Langen Radar, good evening, Lufthansa 5 Whisky 1, Flight Level 7000 Lufthansa 5 Whisky India, correct, Lufthansa 5 Whisky 1, Langen Identified, Climb Flight Level 110 So, performance activate approach phase Lufthansa 5 Whisky 1 Lufthansa 5 Romeo Juliet, Contact Director 127 280, Call Sign Only Contact 127.280, Call Sign Only, Lufthansa 5 Romeo Juliet Lufthansa 7 7-1 Echo Descend Flight Level 90 Lufthansa 7-280 Lufthansa 7-280 Lufthansa 5 Whisky 2, Wooden Flug Langen 125, Dessent Flight Level 90 Lufthansa 5 Lufthansa 5 Descending 5000 feet, 25 right Descending 5000 feet, 25 right 161 speed 170 knots until 5 knots So Proceed direct Delta Fox 623 Proceed direct Delta Fox 623, Lufthansa 221 111.35 Ls Okay 161 Connect Tower 124 855 124 855 124 855 122 124 855 124 955 124 855 124 855 127 128 128 FN 4, Speed 1, 7, 0, not 10, 5, Mainz, Falle Speed 1, 7, 0, 5, DME, FN 4, Mainz, Falle So, wenn ich mich aufhöre, mein Callsein zu vergessen, schmeißen mich heraus, Approach Mode, Localizer Star Und dann wollen wir uns mal konfigurieren, aber wir sind noch 18 entfernt, also Kann ich langsamer werden? Lufthansa 5, Romeo, Juliet, können wir Reduce Speed? Lufthansa 5, Romeo, Juliet, Affirm, Speed 1, 7, 0, not 10, 5, Mainz, Finals 1, 7, 0, not 10, 5, Mainz, Finals, Lufthansa 5, Romeo, Juliet Lufthansa 4, Tech Connect Tower, 1, 8, 7, 8, goodbye So, hoch 1, 8, 7, 8, goodbye 1, 70 Lufthansa 5, Romeo, Juliet, Connect Tower, 1, 2, 4, 8, 5, goodbye So, Localizer haben wir Lufthansa 5, Romeo, Juliet, Tower, 1, 2, 4, 8, 5, goodbye Master Caution ist gecleared, weil wir jetzt gleich Speed Breaks nehme ich rein Lufthansa 5, Romeo, Juliet, Lufthansa 5, Romeo, Juliet, could you please repeat? 1, 2, 4, 8, 5, 5, goodbye 1, 2, 4, Decimal 8, 5, 5, goodbye 1, 2, 4, Decimal 8, 5, 5, goodbye Lufthansa 2, Whisky, Kontakt Abrin, 1, 2, 1, 8, 5, goodbye 1, 2, 1, 8, 5, take care for service, Lufthansa 2, Whisky Thanks for flying Lufthansa 1, 2, 8, left, Papa, hold short of November 1, 1 Lufthansa 1, 2, 8, again Lufthansa 1, 2, 8, left, on Papa, hold short of November 1, 1 FedEx 27, vacay to the right Tower low, Lufthansa 2, 2, 1, established, all the Sufen left Lufthansa 2, 2, 2, 2, Tower end up Lufthansa 1, 0, 9, contact Abrin, 121, 8, 5, 5, ciao So, Checklist Auto brake made Lufthansa 8, Lima, Alpha, expected delay of an hour Autobrecks, Spoilers, Arm, Landing Gear Down, Flaps, Full Speed, haben wir gleich. Licht aus. Okay. Sorry, dass ich ein bisschen ruhiger war. Gerade mal ein bisschen konzentrieren. Lufthansa 5, Romeo, Juliet, the wind is 2, 3, 4 knots, runway 5, right, clear to land. Runway 2, 5, right, clear to land, Lufthansa 5, Romeo, Juliet. Na, das passt doch. Super. Super. Jetzt muss ich nur noch vernünftig landen. Say again the reason. You did not give us landing clearance, Lufthansa 4, 2. Roger, den follow misse approach procedure, contact land radar 1, 2, 5, 3, 5, 5, bye. 1, 2, 5, 3, 5, 5, see you again. 2, 2, weiß. 400. Lufthansa 8, Lima, Alpha, the wind is 2, 3, 0, 4 knots, runway 5, center, clear to take off. Clear to take off, Lufthansa 8, Lima, Alpha. Lufthansa 8, Alpha, the wind behind, company, Lufthansa 8, 30, line up runway 5, center. Minimum. 100. Continue. 50. 40. 30. Oh, man. 20. Retard. Oh. Was zieht mich denn jetzt hier rüber? Oh, man. Meine Landeschwäche. E-Cell. Lufthansa 2, 2, 1, the wind is 2, 3, 0, 4 knots, runway 5, left, clear to land. Clear to land, runway 25, left, Lufthansa 2, to the wall. And Lufthansa 8, Lima, Alpha, identified, contact, long radar on 120, destination, 15, left, clear to land. Plan 120, that's also 145, Lufthansa 9, Alpha, delayed, wind 23, series, 4 knots, runway 5, center, clear to the ground. So, ich bleib hier erst mal stehen. 2, 2, 1, long rollout is improved, reclaimed via Mike 23. 3, off-me-de-shop. Long rollout approved, Mike 23, Lufthansa 2, 2, 1. Lufthansa 122 on frequency. So, das haben wir, die Lichter haben wir aus, flaps, ground, radare aus. Ist alles aus, alles aus, alles aus, alles aus. So, wo sind wir hier? Lufthansa 5, Romeo, Juliet, left on papa, hold short of November 1, 1. Left on papa, hold short of November 1, 1. Lufthansa 5, Romeo, Juliet. And Lufthansa 161, contact apron 121, decimal 855, ciao. Schauen wir mal. Lufthansa 121, 855, Lufthansa 161, danke dir, ciao. Lufthansa 171, eco, LS 255, right, infirmation papa. Hold short of November. Lufthansa 171, eco, Frank Tower, hello. Wind 23, 0 degrees, 4 knots, run with 2, 1, half-right, clear to land, long rollout via papa, 2, 0 is approved. Wo ist denn November 1, 1? Clear to land, 2, 5, right, und rollout via papa, is approved, Lufthansa 171, eco. What's denn? Popcorn? Tja. Ich sag mal so, das schaffen wir schon. Popcorn, sie geht raus. Also, er hat ja gesagt, left und papa. Lufthansa 5, 4, Victor, Mike, continue via Lima, äh, Lima 3. Continue via Lima, 2, Texway, Lima 3, Lufthansa, äh, 54, Victor, Mike. Lufthansa, 2, Whisky, Uniform, Lima. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Warte, ich zeig's euch gleich, ich hab's grad gesehen. Ja, okay. Müssen hier lang. Und das gilt. Left auf Papa, das hier ist nämlich Papa. Okay. Alles klar, jetzt hab ich's verstanden. Bin nicht so oft in Frankfurt. das wollte ich nicht das wollte ich nicht das wollte ich also wir gucken speed passt der rest passt super jetzt habe ich wieder den falschen knopf gedrückt das ist ja noch nicht so papa 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 bis november 11 super easy noch ein bisschen auf den speed achten das haben wir alles gemacht flaps sind drin spoiler sind disarmt die radar sind aus also im besten fall habe ich mir so überlegt müsste man wirklich die karten ausgedruckt oder zumindest auf einem extra tablet haben um einfach schneller reagieren zu können aber wahrscheinlich ist es auch in ordnung wenn man da kurz mal eine halbe minute steht solange man es nicht übertreibt ich weiß es aber nicht ich glaube frank wird es schon richtig heftig insbesondere am wochenende aber bisher hat das doch eigentlich bis auf ein paar hakelige readbacks oder schreibt es mir bitte mal in die kommentare ich weiß er hat gesagt callsign only damit meinte er wahrscheinlich nicht dass ich nur 5 romeo juliet sage sondern dass ich nicht noch mal alles wiederhole was wir machen müssen also speed und heading und so da hätte ich wahrscheinlich einfach nur lufthansa 5 romeo juliet sagen müssen aber gut gut stückchen noch und dann da hinten contact aprin 11855 lufthansa 5 romeo juliet ciao und vielen dank so da fahren wir mal ein bisschen langsamer okay soением so 11855 lufthansa 5 romeo juliet Ich bin nicht komplett unzufrieden. So, November 11 ist da hinten, da halten wir dann und da melden wir uns dann auch. Ganz schöne Wege hier. So, ich werde mal langsamer, dann melden wir uns mal. Nicht, dass da noch einer nervös wird. Was ist denn das jetzt eigentlich? 1-2-1, 8-5-5, Frankfurt Ground, okay. Frankfurt Ground, guten Abend, Lufthansa 5, Romeo, Juliet, November 11. 1-1, missed. Lufthansa 5, Romeo, Juliet, I think. Confirm? Confirm. Lufthansa 5, Romeo, Juliet, April, Nalo, Stand Alpha 5, 2, Taxi Wire November 11, November November and November 8, Taxi Wire November 11, Alpha 11 November November 8, 2 Stand A5 8, sorry. Lufthansa 5, 2 Stand A5 2, Taxi Wire left onto November and November 8. Okay. Alpha 5, 2 November November 8, Lufthansa 5, Romeo, Juliet, sorry. April, hallo, Lufthansa 2, X-Ray Charlie at Alpha 1, 7, request pushback. Gut, so viel zu hinten raus mit dem Arsch einreißen, ne? Ja, Lufthansa 2, X-Ray Charlie, April, Nalo, Stand By, call it back. So, wir sind jetzt auf November. April, hallo, Lufthansa 3, November, Victor and Stand Alpha 6, 2, request pushback. Bis November 8. 3, November, Victor, April, Nalo, Stand By, call it back, Alpha traffic coming in. November 8 ist hier. Äh... 5, 2, da. Okay. Kriegen wir hin. November, Lima, Holt short, Lima 3, Level 2. Schade. Bis dahin liebst doch. Na gut. Ich lass das drin. Ich schneid das nicht raus, das äh... Ich lerne es ja noch. Wenn es auch nicht besonders schnell geht. So, hier ist das glaube ich schon, ne? Hier müssen wir links, November... Ja, November 8, okay. Anhalten. Oh, was macht er denn da? Echo, April, Nalo, Stand Alpha 4, Zero, Holt short of November. Holt short of November, Holt short of November, Holt short of Lima 3. And confirmed, was KLM 226 ready for taxi? Affirm. KLM 226, Runway 25 Center, taxi via November 5, Lima, Holt short of Lima 3. 25 Center, November 5, Lima, Holt short of Lima 3, KLM 226. So, November 8. Nächstes Mal würde ich da einfach anhalten, mich dann melden, ganz in Ruhe und dann nicht nebenbei rollen, das hat mich total verwirrt. Das war ein Fehler. Ich glaube, deswegen sind es auch zwei im Cockpit. Weil es einfach schwierig ist, alles gleichzeitig zu machen. Aber das sind alles so kleine Ausreden, ne? Trotzdem, alles in allem. War das ein sehr, sehr spaßiger Flug. So, jetzt werde ich hier aber auch mal langsamer. 5-2, das vorletzte. Okay. Sieht das so blöd, ne? Steht das hier irgendwo? 5-5, Romeo, Papa, behind A320, crossing from right to left, pushback approved. Behind A320, crossing from right to left, pushback approved. Behind A320, crossing from right to left, pushback approved. Vorletzte müssen ja dann da sein. Vorletzte ist das hier. Da lobe ich mir doch die Münchenszenerie. Da ist das alles schön aus und angeschrieben. Zack. Fuck, Leute, geht rein. Wir auch. Parking brake set, bridge. Taxi aus. APU lead an. External power an. Das ist alles aus, das ist alles aus. APU lead, block timer. Zack. Engines 2 in 1. lifetime. November. tür unlock okay dann gucken wir doch mal rüber oder ja das funken hat ein bisschen gelitten aber dafür war der apl flug erfolgreich landung mit minus 220 auf center tut mir leid irgendwas hat mich da plötzlich nach rechts gedrückt aber ich arbeite auch daran so zurück ich drehe die lautstärke vom flusie mal ein bisschen runter dann können wir auch noch mal raus können wir hier auch noch mal gucken was hier so los ist bisschen was bisschen was ist hier los also zuallererst noch mal vielen dank fürs zuschauen das mit der grafik tut mir leid das mit den fehlern tut mir auch leid aber ich habe das gefühl die dies können die amüsiert vielleicht und die dies nicht können die fühlen vielleicht mit mir und daher mir macht es extrem viel spaß wenn ihr das foto von meinem mitschrift chart oder von meinem kritzel und wir sehen würden wir die hände vom kopf zusammenschlagen aber nachher habe ich es auch gar nicht mehr aufgeschrieben weil es so schnell ging und weil man es dann einfach wiederholt hat und sich hoffentlich gemerkt hat ich glaube es hat aber so halbwegs gut funktioniert ich bin zufrieden bis auf das funken nachher hier am ground von daher schreibt mir gerne in die kommentare wie es fandet tipps bitte jederzeit rein was was war nicht so gut was kann ich besser machen freue ich mich total rüber ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen tag ein wunderschönes wochenende wie immer fly safe always happy landings macht's gut bis dann tschüss